Servus meine Freunde, willkommen zur neuen Folge WWE Supercard. Wir gehen direkt über in Deckcheck. Ich zeige nur mal schnell mein Deck, weil die neue Stufe gönnt richtig bei mir. Also die Puls kommen und kommen. Ich bin begeistert, muss ich wirklich sagen. Gehen wir mal hier ins Deck. Ich mache einen Filter mal hier unten das aus. Und ihr seht, gerade eben frisch Kushida gezogen. Und gestern habe ich ja auch gut gezogen. Also hier Mace ist neu, Big E, Semi-Zane aus dem Event. Also die Stufe gönnt. Ich muss sagen, bin echt zufrieden. Außer, dass es halt eher die schlechteren Karten sind. Aber der Vorteil, wenn man die schlechteren am Anfang pullt, ist, dass man sie schneller pro kriegt, weil die schlechteren eher im Event kommen. Darum muss ich sagen, also schlecht ist jetzt auch übertrieben, Mittelfeld, sage ich mal. Mittelfeld bis schlecht. Ich habe jetzt nicht das Lack, dass ich irgendwie mal einen Rock'n'Zina oder sonst wen ziehe. Undertaker habe ich den gesehen in der Liste, weiß ich nicht mehr. Aber trotzdem, es läuft, es geht voran. 3.600 Punkte, also die Hälfte von der British Bulldog-Karte haben wir uns auch schon erspielt. Das heißt, das kriegen wir heute gemütlich hin, würde ich mal sagen. Und darum kann ich ins Deck checken gehen. Ich weiß, hier will ich eigentlich nur gucken, ob ein Ticket-Pack drin ist. Genau, ich muss noch irgendwas machen. Hier, ein Ticket-Pack ist drin. Dann machen wir das nämlich als erstes auf. Vielleicht haben wir da, da habe ich jetzt, gut, ich habe noch nicht viele aufgemacht, aber da habe ich noch nie was rausgezogen. Und heute ein Kofi Kingston, okay, auf Forged. Und noch eine Asker auf Westelmania. Kofi habe ich nicht pro. Dadurch, dass aber die ganzen Summerslam-Karten so stark sind, also wir gehen mal, machen mal das hier so, die sortieren sich echt teilweise vor F1-Karten ein. Das hängt natürlich ein bisschen immer an der Ausrüstung, die da drauf ist. Lohnt es sich aber eigentlich gar nicht mehr, meine Forged-Karten zu kombinieren. Da gucke ich einfach nochmal, was passt vom Deck. Also wo brauche ich vielleicht noch einen Pfeil nach oben? Wer ist vielleicht nochmal einen Ticken stärker? Aber eigentlich lohnt es sich nicht. Bis halt auf die Diven. Ach, Kaya. Bis auf die Diven. Ja, noch einmal durch die Kamera laufen. Hallo, guck mal. Wer sieht dich nicht? Du musst lächeln. Hallo, guck mal. So, dann verdeckt sie nur mich. Wenn du schon ins Bild läufst. Toll. Aha, da ist sie. Jetzt muss auch die Kamera erst erkennen, dass die Katze da im Bild ist. Sag mal Hi. Hi. Gut, schön, jetzt haben wir alle Hi gesagt. Und jetzt geht's ins Deck checken. Ja, du kannst nochmal mit dem Mikro schmusen. Das ist toll. Deck check. Also, dann gucken wir mal. Da wollte ich natürlich nicht hin. Ich will hier hin. Und da hin. Und, oh, wurde zeigt gestern. Gestern war der letzte hässlich 13. Es sind noch ein paar dazugekommen. Mal gucken, was wir schaffen. Aber irgendwie, wie gesagt, ich lösche erst, wenn ich damit durch bin. AGD Kai schreibt, hey, wäre cool, wenn du mein Deck bewerten könntest. Das machen wir gerne. Ein, oh. Schönes Bild. Und hier sind schon die ersten Summer Slams zu sehen. Relativ cooles Bild, muss man schon sagen. Und wen haben wir hier? Dawkins ist auch ganz nice, würde ich jetzt mal sagen. Beim Team Hitman hat 4000 Bilder mit 21.000 Siegen. Oh, schöne, schöne Kartenrücken von Undertaker. Der ist auch schon jetzt ein paar Jährchen alt. Und 1516. im Global Rank. Hier haben wir noch die Cindy und die Bianca Eventkarte. Und noch hier die zwei Eventkarten. Aber es ist schon mal schön zu sehen, die weiteren neuen Karten, dass wir ja alle Bilder gesehen haben. Hey, guck schon seit einiger Zeit deine Videos und dachte, ich bewerte mich auch mal für die Deckbewertung. Hati, das freut mich. Apropos, bisher hat es noch keiner geschrieben. Ihr wisst, Daumen hoch, Kommentar da lassen. Und, und, und. Und, auch hier sehen wir einen Finn Balor. Relativ cooles Bild, muss man schon sagen. Ja, das finde ich cool. Fast so Bauchmuskeln wie ich. Zef, 6598. Ach, hier haben wir die Niki Ash in richtig und nicht so gesilberstart wie bei mir. Tolle Karte. Und jetzt kommt die andere Katze an und schreit. Ich hoffe, ihr hört sie nur begrenzt laut. Also, wir haben wieder Edge und Reggie. Und, ja, Zerstörer Asylum. Okay, ausschließlich Deutsche. Auch gut auf Deutsch zu schreiben, weil die, die nicht Deutsch sind, können es ja auch nicht lesen. Hati, 5100 Wins mit 2300 höchster Global Rang. Und, ah, das ist der Kartenrücken, den wir letzt schon, kann es leider nicht lesen. Okay, interessant. Den Kartenrücken haben wir gesehen. Hati, tolles Deck und eine neue Karte wieder gesehen. Das freut mich, das freut mich. Devil Sing, grüße. Hier, ich sehe schon mal direkt die, ähm, Rhea Ripley. Moin, bist du angezockt, deine Videos sind wie immer cool. Könntest du mein Deck checken? Tschö. Tschö, Devil Sing. Ähm, wow. Auch gleich in Pro ohne 10 Millionen erwert. Und die wird ja wahrscheinlich im Momentum Slot drin sein. Ähm. Ah, guck mal, der eine Stern ist verdeckt von dem Stern, äh, fürs Pro-Zeichen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ähm, 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 okay, das Bild haben wir ja schon gesagt. Finde ich klasse. Kein 10 Millionen erwert. Kann ja nicht mit dem Mikro schmuse. Gut. Mach einfach, was du denkst. Also, Dieben bist du extrem. F1 sogar. Äh, Dieben bist du, äh, ne, du bist, äh, wahrscheinlich bestmöglichst ausgestattet. Schon. Devil Sing sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, und hier, ah, guck mal. Big E habe ich auch. Shinsky. Und, äh, die Pro-Rhea Ripley. Okay. Extra mal reingepackt. Noch nicht trainiert. Aber sehr nett. Oh, und ein sehr coolen Kartenrücken. Und, äh, 7400. Bisher. Also, Devil Sing. Sehr nice. Gleich eine Diva Pro. Oh, das ist Hardcore. Guck mal bei Brommel rein. Hi, mein Bester. Du wolltest neue Karten sehen. Bitte, da sind sie. Daumen hoch. Glocke aktivieren. Nicht vergessen, Leute. Auf jeden Fall. Hupser. Ähm. Macht das. Uh, das ist natürlich nice. Das ist nice. Alles reingepackt, was geht. Ähm. Samoa Joe. Schon mit dem, äh, coolen Bild. Ja, auch wahrscheinlich ein gutes Power Equipment. Dann haben wir hier, äh, Wesley. Das wird wahrscheinlich das Originalbild für die Karte sein. Mace habe ich auch. Genau. Ja. Dann, äh, Mr. Perfect. Auch den haben wir. Da hast du auch ein schönes, äh, das war, glaube ich, oje. Auf jeden Fall ein älteres Bild reingepackt. Und du hast auch schon eine Diva. Dieven fehlen mir noch. Charlotte Flair. Acht Millionen. Außer bei Speed. Da ist sie knapp drunter. Aber richtig, richtig nice. Aber das, glaube ich, auch nicht das Bild von ihr. Das ist, glaube ich, das Bild von der einen Upsa. Goldenen Karte. Prommel, äh, natürlich im richtigen Team. Das haben wir ja schon gesagt. Hat den Summerslam Kartenrücken, der sehr nice ist. Und war Global Rang 1461. Richtig gut. Und hier haben wir noch, äh, Eva Marie. Mit dem tollen, ähm, selten Bild. Ah, gucken wir mal, was Tati Asylum, Tati Asylum zu bieten hat. Ich würde jetzt mal sagen, für dich, oder? Was anderes steht da nicht. Äh, okay. Es ist auch Tati Asylum. Ähm, ja, würde ich mal sagen. Aber hier ist schon mal Geld reingeflossen irgendwann, dass man sich Tickets kauft. Aber das Deck ist nicht weitergegangen. Ein Xavier Woods dabei. Richtig nice. Vengard Deck läuft bei dir. Gucken wir mal. Hallo, du machst schöne YouTube-Videos. Feier dich. Könntest du meinen Top 8 anschauen? Randy, das machen wir doch. Ich muss nur die Katze nebenbei streichen. Sonst läuft sie wieder gleich ins Bild. So, da haben wir sie. In The Loyal Family. WrestleMania 37++. Hier fehlt ein Ausrüstungsgegenstand. Das putscht dich aber nicht hoch. 16.000 wins. 4.000 Karten. Hast den SummerSlam-Kartenrücken. Ähm, und gucken wir mal. Roman Reigns in Forge. AJ Styles. Du bräuchtest eigentlich nur hier so eine Forged Pro-Karte. Irgendeine, dann pusht die dich wahrscheinlich schon auf Forged. Ähm, vielleicht auch hier so LA Knight als Fusions Pro. Ich drücke dir die Daumen. Da fehlt nicht mehr viel, dass du Forged bist. Und dann gibt es schon mal mindestens auf der zweitneuesten Stufe was zu tun. Ähm, ja, und den schicken Kartenrücken hatten wir schon. 16.000 Siege. Randy, nice. Ich bin du. Mahlzeit. Verfolge dich schon sehr lange. Meinst du, du willst einmal mein Deck bewerten? Weiter so mit deinen Videos. Ai, das mache ich gerne. Ich bin du. Ich glaube, du hattest doch auch schon mal geschrieben, oder? Ich meine mich zu erinnern. Ah, hier haben wir wieder auch ein sehr schönes Deck, wo wahrscheinlich einfach die normalen Summer-Slam-Karten noch gar nicht reinpassen. Warte mal. Ich bin du. Oh, und hier heißt der Bambus-Pjörn. Okay, also, es ist nicht der Rede wert da unten, aber in Sina Kartenrücken und Deck haben wir einen Edge mit dem Bild drauf. Hier natürlich Triple H, auch extrem cooles Bild, Reggie. Alle letzten Fusion-Karten geholt. Da haben wir den Sina, den hatten wir schon, und die wunderbare Stacy-Karte auch hier im Deck und eine Becky Lynch. Und mein Handy vibriert, weil irgendwas ist okay. Chaos DX, volles Team auf Summer-Slam-MVP-Paschi. Das hatten wir ja schon mal irgendwo gesehen. Finde ich eigentlich nice, wenn einer irgendwo im Event total durchzieht, dass man ihn als MVP mal eine Woche da drin stehen hat. Finde ich eine geile Idee. Also jetzt nicht, dass es mir wichtig wäre, aber an sich eine nette Idee. So, Luis, gucken wir mal. Luis449, Moin Meister, ich bin wieder da. Möchtest du vielleicht nochmal mein Deck anschauen? Ei, das möchte ich mit dem tollen, das waren tolle Karten. Schade, dass man es hier nicht sieht. Direkt, Riddle. Ganz oben dabei, so, kurz wieder die Katze streicheln. 1700 Wins, 1240 Karten. Und was ist das hier? Das ist eine Fusionskarte, oder? Ah, Tiba. Fusion, ja, die hatte ich wahrscheinlich, oh, WrestleMania++, aber ganz hart am Rand, da fehlt nicht mehr viel. Irgendwas, wahrscheinlich eine Forge Diva oder irgendwas, was besser, oh, sogar F3, Scarlet. Ich drücke die Daumen, da fehlt nicht viel, da fehlt nicht viel für die nächste Stufe. Auch den Summerslam-Kartenrücken im Team Germany. Nice, nice, gucken wir mal. Ich muss mal wieder kurz auf die Zeit gucken. Harley Quinn. Hi, ich bin's wieder. Könntest du bitte nochmal mein Deck bewerten? Harley Quinn, das machen wir. Da ist auch schon ein Summerslam eingeschlichen. Upsa, da wollte ich Schnitt hinklicken. Also 2250 Wins haben wir da und wir haben Goldberg, Vestalmania Pro. Dann haben wir Dawkins in Grillkarte, F1. Hier haben wir Johnny Gargano, war auch das, muss man sagen. Ich finde die Bilder auf den Summerslam-Karten sehr cool. Und natürlich Reggie Pro, der dich dann auch gut gepusht hat, würde ich mal sagen. Stacy haben wir in Single und nochmal eine Fusion-Single-Karte. Bei Bank Statement im Team den coolen Royal Rumble-Kartenrücken. Sehr, sehr schön. Harley Quinn läuft bei dir. Dann kann ich gerade nur die Maus begrenzt gut bewegen, weil die Katze auf meiner Hand sitzt. Dann Lars KSC, auch ein alter Moin Sascha. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag und mich würdest freuen, wenn du mein Deck checken könntest. Liebe Grüße, liebe Grüße zurück. Gucken wir natürlich. Oh, was haben wir hier? Zwei neue Karten, die ich noch nicht gesehen habe. Also natürlich erst mal den Sina F2 Pro, glatte 9 Millionen bei Power. Dann haben wir hier auch den Randy Orton F1. Und jetzt kommt der Ray Mysterio, den hatten wir schon gesehen, aber letztes Mal mit dem, nicht dem Originalbild, das ist das Originalbild. Auch das ist relativ cool mit seiner Kutte. Und hier Otis. Otis hat halt immer dieselben, was hat er denn da in der Hand? Die selben Posen. Da bin ich mal gespannt, also auch hier, dass der Arm so verdeckt ist vom Bild. Also wenn das auf einer anderen Karte ist, könnte das ein extrem cooles Bild sein. Ich meine, Otis ist lustig. So, dann haben wir natürlich Becky Lynch F3. Wow. Und Raquel González auch wieder ein schönes Bild. So, bei den Allstars drinne. Dritter in seiner Liga 6.663. Der war sein höchstes Ranking. Lars bei 4.000 Wins ist das Stack schon sehr nice. Kurz vor SummerSlam Plus. Ja, drücken wir die Daumen, dass da der Nächste bald reinkommt. John Arcos. Wir haben heute noch viel. Also, nur so zwei, drei machen wir noch. Moin, ich hatte den gleichen Pult zum Aufstieg. Wenn du willst, kannst du mein Deck bewerten. Das gucken wir doch mal rein. Cooles Bild. Edge haben wir hier oben. Oh, du bist schon durch. Dann können wir das erste Mal die Karte in Gänze bewundern. 8.600, 8.608 und Speed 8.824. Ich glaube jetzt nicht, dass... Ich glaube, dass Speed kommt durchs Equipment. Power and Toughness sind nämlich seine Push-Werte. Da muss ein Monster-Speed-Equipment drauf sein. Okay, die Karte feiere ich natürlich. Also, die Event-Karte mit dem, mit SummerSlam hier. Oh, die ist nice. Und ich denke, wenn die Pro ist und hier unten die Lichter und sowas blinken und überall alles blinkt und, 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 ist die richtig nice. Sehr schön. Johnny, äh, John läuft wirklich gut. Läuft bei dir. Ähm, klasse. Dann haben wir noch all die üblichen Verdächtigen und das erste Mal, wo wir ein Zef sehen. Das ist ein Zef-Bild, was ich auch sehr mag. Also natürlich, das gegen die Event-Karte vom letzten kommt es nicht an. Aber das hier ist trotzdem eines der cooleren. Und die Tony Storm 3181 und gleich noch eine Liv Morgan. Ist das das Original-Bild, ist die Frage, weil es natürlich farblich so ein bisschen matt ist. Aber wahrscheinlich, ähm, finde ich gut. Und hier muss auch ein dickes Power-Equipment drauf sein. Du hast gute Equipments, würde ich mal sagen. Was ist denn das? Ein SummerSlam-Train-Up. Okay, habe ich noch gar nicht gesehen. Sieht aber auch nice aus. 18.000 zu der, äh, bester Rank. Aber läuft bei dir richtig gut. SummerSlam Plus. So, wir machen noch bis Happy Gamer und 1. Und, äh, alles, was danach kommt, gucken wir beim nächsten Mal. Moin, wie geht's dir? Er würde mich über ein Deck-Check freuen. Ja, André, viele Grüße, würde ich jetzt mal sagen. Hier noch ein Sina. Was haben wir hier? Uh, die Stacy wollte ich nicht anklicken. Ich wollte Zef anklicken. 9.375. Dann haben wir hier ein Maze Fusions Pro. Und ein Reggie Single. Dann nochmal ein Sina hinterher. Uh, gleich auch ein Manager. Haben wir letztes Mal schon gesagt. Die Manager finde ich extrem nice. Bei den New Grinders im Team. Toller Kartenrücken. Den mag ich auch sehr, sehr. Und aktuell vierter im Rang. Bei 2.700 Wins und 294 Schlosses. Ein echt schönes Deck. Und ganz, ganz kurz vor Forge Plus Plus. Forge Plus Plus pusht auch nochmal die Drop Rate. Also sehr nice. Gucken wir bei Francesco rein, der einen Summer Slam Kartenrücken hat. Aber ich glaube, einen alten. Kannst du bitte mein Deck bewerten? Danke. Gerne. Uh. Gold Heroic Edge. Also hier haben wir nämlich ein Forge Plus Plus Deck. Dann Reggie Gold Heroic. Dann haben wir ein Samoa Joe. Und nochmal ein Edge Silver Heroic. Und jetzt die Frage, warum ist der Samoa Joe besser wie der Triple H? Ich habe schon wieder Edge gesagt. Ich weiß es. 300 Einster. Wow. Richtig nice, Francesco. Gut durchgezogen. Und natürlich noch die Sascha Banks F1 auf Forged. Auch nice Werte hat die. Gut, F1 halt. Auch hier sehen wir schon den ersten Manager. Teddy Biasi mag ich eh. Devil Revolution. Auch ein volles Team. Momentan unter den Top 1000 des Charttopper. Und höchster globaler Rang 16. Meine Fresse. Francesco. Hardcore-Kreinder. 112.000 Siege. Und nur 7.000 Niederlagen. Das ist schon eine gute Quote. Also läuft bei dir. Das ist wirklich begeisternd. Bester Platz 16. Wow. Hey, hey. Melde mich auch mal wieder. Wie geht es dir so? Warte mal. Wieder. Wie geht es dir so? Hoffe guten Start in die Stufe. Mein Freebie ist Million Dollar Man. Bin jetzt bei Semi im Event. Und habe eine Pro. Gerne ein Deckcheck. Und liebe Grüße. Und like das Video. Und kommentiert. Ah, und habe echt Glück gehabt, beim Grillen eine Summerslam 21 zu bekommen. Beim Grillen. Also hier ist erstmal. Also ich bin. Also geiles Bild. Cameron Grimes Pro. 10 Millionen Wert. Knapp. Was hat er? Er pusht auf Toughness Speed. Okay. Ja, das ist gut. Geil. Der nächste Pro, den wir sehen dürfen. Mir ist ein bisschen zu wenig Action auf den Pro Karten. Also jetzt so einfach nur das Leuchtbild da hoch. Habe ich mir mehr gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Silver Heroic. Edge. Samoa Joe. Und 1463. Zef. Sehr, sehr nice. Deine. Guck mal. Du bist Summerslam 21 plus. Und deine beiden Dieven haben keine Ausrüstungsgegenstände. Das ist nicht mehr viel. Guck da mal nach. Vielleicht bist du plus plus. Und dann droppt es ja wieder ein bisschen noch besser. Bei Sturmflut im Team. Wir holen alles. Oh, da hat auch jemand die Rockkarte. Richtig nice. Gibt es denn den Kartenrücken her? Ich habe den vorhin schon gesehen und überlegt. Heavy Gamer und 1. Toll. Also auch hier die Teddy Biasi Karte sieht richtig gut aus. Also ich muss es nochmal sagen. Ich glaube, so unhübsch, wie ich die Karten finde, so hübsch finde ich die Bilder. Hey Teamkollege. Achso. Ich wollte Schluss machen, aber das habe ich jetzt angeklickt. Darum machen wir es noch. Das Video war wieder gut. Ich gratuliere zum Freebie. Ich würde mich freuen. Auf der neuen Stufe über ein Deckcheck. Und lasst ihm Liebe da. Am besten Daumen hoch abonnieren und Kommi da lassen. Liebe Grüße. Templer, danke dir. Templer, gucken wir mal. Ja, tolles Edge-Bild, haben wir schon gesagt. Silver Heroic. Dann auch Reggie ist sogar Gold Heroic geworden. Ah, da musst du irgendein Speed Equipment drauf machen, dass der 10 Millionen, das finde ich so geil, wenn da 10 Millionen steht. Und sonst noch die normalen, schönen Pros. Ja, dein Deck ist zu gut, um dass da eine normale Karte reinpasst. Und das ist was, was mich auch nervt. Ist bei mir auch so. Paul Heeman, ich weiß es nicht. Es wird immer, wahrscheinlich weil der Buchstabe A ist, dass wenn die Werte gleich sind, sie halt einfach nach Alphabet gehen. Und darum hat man immer dann Doppel Paul Heeman oder Doppel Sensational Sherry oder so. Der schöne Wargames-Kartenrücken. Höchster globaler Rang, 300, Fünfter. Auch richtig nice Templer. Und natürlich im richtigen Team, das habe ich ja schon erwähnt. Tolles Deck. Hier muss der erste Pro fallen, damit er besser ist wie... Eine gute Diva könnte sich reinschleichen. Dann drücken wir die Daumen, dass die da dazu kommt. Und Leute, das war es jetzt schon. Nächste Video, ihr wisst Bescheid. Gibt es vielleicht irgendwann Mitte der Woche. Das muss ich gucken, wie ich es zeitlich hinkriege. Aber jetzt haut rein. Viel Spaß, viel Erfolg beim Event.